was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen wir spielen heute den ls 19 ls 19 lazy farmers projekt zusammen mit dem domme und die lumen lux bekommen von homie ein sub geschenkt homie vielen vielen dank und lumen willkommen in der king crew du kleine hexe so wie ich bin nur hochgefahren hier mit dem tank und den fahren wir jetzt hier rein tanken mal voll und dann läuft es weiter und jetzt produziert er also das feld wäre zum düngen bild ist wenigstens voll und kalt aber da können wir nichts machen das haben wir halt ein bisschen spult ja jetzt ein kleines aber ernten können sich du wenn du magst ja hatte ich jetzt vor ich wollte mal gucken anhänger steht bereit ja ich komme mit dem drescher unter was ist denn darauf einmal ist sonnenblumen aber das schneidwerk müssen wir mieten und einmal ist etwas mit was mit normalen schneidwerk geht ja dann lebe der könig marosa hat geriest hat den fünften monat vielen vielen dank der unterstützung sehr sehr lieb von dir danke für den support mein freund so und jetzt geht es ab hier meine lieben freunde jetzt gehen wir auf feld vier oder fünf und dröschen da okay wenn du das sagst zongpo dann gucken wir mal dommel zongpo schreibt wenn du wenn du mietest nämlich das meistgebiss sondern das für sonnenblumen kannst du schneller ernten damit also werden wir angeblich schneller okay aber ich habe gesagt es geht ja für beides aber was wusste ich nicht muss ich auch nicht zu gelernt unglaublich so alt wie in schuhen wir lernen immer noch dazu die monator gute nach danke dass du da war es bis zum nächsten mal scheinbar was geht ab bei dir ja fünf kmh schneller bist du mit dem sonnenblumen gebiss ok das stimmt die wiese hier können wir auch schon wieder mähen mein gott komme ich nachher gleich noch dorthin das raps drauf aber die karte ist auch brutal groß dass du fahrt wege bis zum geht nicht mehr nein tino tino arbeitet weniger stunden er hat ein paar stunden runter genommen von seiner arbeit wann kommt steini weiß ich nicht er hat gesagt er kommt nachher irgendwann da ist das stimmt ja da 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 ja ich Ja. Ja, Chat, das denke ich mir auch gerade. Wieso? Ja, ich ernte Raps und er legte eine Strohschwad ab. Ja, gut, dass es eine Schwad gibt, ist ja... Also ich meine aber auch eigentlich, es gibt Rapsstroh, oder? Wollte sagen, es gibt Rapsstroh, das kannst du auch passen. Sieht nicht genau gleich aus, aber es gibt Rapsstroh. Ja, wir haben das nämlich bei uns auf der Arbeit, das benutzen die meistens so für Pferde zum Einstreuen und so. Leinenstroh gibt es ja auch. Aber im L.S. ist das neu. Also ich sehe zum ersten Mal, dass Raps hier eine Strohschwad legt, also... Das habe ich auch noch nie gesehen. Gibt Geld, nehmen wir. Wollte ich gerade sagen, es gibt Geld. Eine Frage an einen Moderator. Irgendeiner... Kann einer von euch sehr, sehr gutes Englisch? Also richtig gut, oder könnte zumindest den Heist übersetzen, sage ich mal, dass wir den wieder auf Deutsch haben. Ist das neu. Also das ist, äh, das ist schon nice. Du hast gefragt, ob du beim Militär warst, Dommer. Ähm... Sag mir das mal so, dass mir das noch jeder wisst. Die einer der anderen können sich auch jetzt auch die Antwort darauf geben. Bloody Ray, wieso? Wie? Wollte Bloody das übersetzt. Ach, ne, äh, erzähl ruhig weiter, Dommer, Entschuldigung. Das Mähwerk hingestellt. Also wenn jemand den Heist übersetzen könnte, und mir das schicken könnte, dass ich das da vielleicht eintragen kann, das wäre... Das wäre echt lieb. Was ist denn, Maro? Was hast du gefragt? Was hast du gefragt? Was hast du gefragt, wenn du? Also in Irlanderile seriously donor, wenn du ganz ehrlich bist, bei der decor an mich komplett warst Click noch einmal her Chef eine Sendung die Du dir in die, die Wassershornik? Was hast du ja gesagt, weil das Sch errandsued... Kam hinf fault nicht. Der Herr ist eigentlich Herr, der flawed sein soll. Hannueller hier geht es um nichts besonderes die folgen kommen auf youtube auch wir spielen hier ganz normal einfach gemütlich spielen ohne rt ohne großen mischmasch ja einfach spielen ja nicht hier im chatschirm der heinze da geht das unter vielleicht wenn du das machen möchtest bei discord oder so weißt du wie ich mein dann brauche ich das nur raus kopieren rein fügen gut ist steini das märwerk hier oben hingestellt das findet ja kein mensch außer steini kam ich vor wiener osten jetzt war ich dann bald überall er hat es gut versteckt wie viele bahn hast du schon gemäht gedroschen einmal einmal vorgewände und dritte bahn fange ich jetzt an das bloß ordentlicher sagt ja entschuldigung die laberecke nie kannst du mir privat schreiben das ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 dem er ist kuhfutter so er ist immer punkte mich jetzt gut und selbst ich bin wieder topfit ja ich kann mich nicht beklagen 100 prozent bei den kühen ja das weiß ich aber wir brauchen noch silage und das ist gerade am gären das hat gut Stroh gegeben bitte? das hat gut Stroh gegeben hier ja es gibt auch kreisfahrer wie meinst du das christian 82 ach was sagt die zeit gut dass du das sagst nobody vielen vielen lieben dank wieder einmal gut meine lieben freunde damit sind wir auch am ende unserer folge angekommen wenn es euch gefallen hat das liken nicht vergessen schaut auf jeden Fall zur nächsten folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten mal haut rein bis